Hallöchen meine kleinen Kartoffelchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Night of the Rabbit hier auf dem Kanal Rockkartoffel. Ich hoffe mal ihr seid nicht ganz uninformiert darüber, dass wir hier schon mal ein bisschen losgespielt haben, mittlerweile in einer Art anderen Welt sind und uns jetzt durch Mauswald kämpfen, um, ich würde jetzt mal sagen, unsere Zaubererausbildung in volle Fahrt zu bringen. Und wir machen direkt weiter, wir legen direkt los und es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, als ich zum letzten Mal hier gespielt habe, deswegen bin ich extremst gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Hier war dieser Kleine hier. Ich habe vielleicht Hunger. Ah ja, den hatten wir glaube ich noch gar nicht angesprochen, so war das ja. Das ist immer am besten, wenn man ihn vor dem Hauptgang ist. Hm, da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen. Das Problem an der ganzen Sache scheint zu sein, dass relativ viele Tierarten hier wohnen und öfter mal Meinungsverschiedenheiten haben. Aber ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wir reden erst mal mit der kleinen Maus, mit Brille. Halt! Wer schreitet dort? Was für ein hot, hässliches Wiesel bist du denn? Äh, ich müsste hier kurz mal durch. Kurz mal durch? Witzig. Was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Baubtaler. Jetzt. So viel kostet es, wenn man hier über die Kaltwasserbachbrücke will. So viel kostet die, äh, Baut. Meinst du Maut? Nein, ich meine Baut. Überlass das Reden denen, die es wirklich können. Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten. Alle außer mir, das ist wahr. Äh. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein äußerst begabtes Kind. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten. Also, fast. Aber wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Wuhu. 300 Laubtaler. 300 Laubtaler? Nun gut. Du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt! Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Laubtaler. So ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Hm. Dann komme ich später noch einmal wieder. Okay, das heißt, wir müssen uns ein paar... Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ich bin zu gutmütig. Ich muss einen Weg finden, über die Brücke zu kommen. Ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten. Um ihm eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Nee. Okay, also die kleine Maus mit Brille ist ziemlich knickrig. Da drüben sieht es echt super interessant aus. Leider steht mir dieser kleine... Alunke im Weg. Okay, wir werden hier irgendwie rüberkommen. Und wenn wir uns hier unten über den plätschernden Bach bauen müssen... Ein schnell dahin glucksender, kaltkieseliger Feldwald- und Wiesenbach. Ja gut, das hätte ich dir auch sagen können. Okay, geht es hier in zwei Richtungen? Nee, geht es nur wieder zurück. Wir brauchen also 300 Laubtele. Zuerst waren es 500. Jetzt sind es 300. Jetzt bin ich ja mal gespannt... Was hier so abgeht. Wie wir da rankommen. Und hier ging es, glaube ich, zurück. Ja. Aber hier möchte ich nicht sein. Und hier möchte ich auch nicht bleiben. Das heißt, wir gehen einfach nochmal zurück. Und gehen mal in die Stadt. Wie wir uns sogar schon ducken müssen, um darunter durchzukommen. Das ist schon schön. Okay, auf geht's. Weg zur Stadtmauer. Vielleicht können wir jetzt hier oben den Ratterich ansprechen. Ach, guck mal, hier hinten ist auch noch so ein älterer Herr. Aber zuerst spreche ich mir jetzt mal diesen jungen Kanonier mit seiner Erbsenkanone an. Nee, zuerst gucken wir mal die Erbsenkanone an. Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Arrrr. Ich bin Jerry Haselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg. Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Krädenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten. Auch bei Nacht. Okay, ich weiß ja nicht, wer von euch noch das andere Point and Click auf meinem Kanal verfolgt. Nämlich die Whispered World. Aber ich würde fast behaupten, das hier ist nochmal so eine Stufe nach oben. Also, The Night of the Rapid ist nochmal eine Stufe nach oben. Hier gibt es viel mehr Sachen, die man sich eventuell merken muss. Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Und ich bin echt gespannt, was wir davon später noch brauchen. Aber jetzt reden wir erstmal den Kanonier persönlich an. Hallo, warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja. Also, wenn ich so ein garstiges Tier sehe, dann... Kabu! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten. Auch bei Nacht. Okay, dieses... Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Das hat er bisher schon zweimal gesagt. Egal welcher Art von Animation er da war. Und ich denke, das ist in irgendeiner Art und Weise noch wichtig. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier ein kleines bisschen weiter kommen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal zu der Eulenstatue. Schauen uns mal an, was es hier so gibt. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Und Kinder untergehen. Naja, egal. Wir wollen ja nicht wieder komplett doof sein. Okay, zu dem Turm sagt er erstmal ja nichts. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da echt... Okay, das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Dass dahin das Maus fällt. Aber der Turm... Da sagt er sonst gar nichts zu. Da können wir scheinbar auch nicht hochgehen, wie es aussieht. Aber wir können die Porte öffnen. Ja, machen wir das doch mal. Fest verschlossen. Schade. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Oh je, ich muss kurz niesen. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die sieben Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen sie sich dann nicht auf den Weg? So viel mehr braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfluss zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Okay, damit haben wir jetzt bei diesem Spitzweg oder bei dem Herrenspitzweg einen Auftrag bekommen. Das finde ich ja schon mal super. Aber was hier mit diesem Turm ist, das kann er uns leider nicht sagen. Und was hier mit der Tür ist, warum die Pforte zu ist, das wissen wir auch noch nicht so ganz. Haben wir vielleicht irgendwas, um die Pforte zu öffnen? Eine Briefmarke haben wir hier. Eine magische Briefmarke. Uralte Einladung zum Wipfelfest. Geheimnisvolles Buch. Poster. Mysteriöse Nachricht. Sag mal, geheimnisvolles Buch. Vielleicht hat der junge Mann hier ja schon mal was davon gesehen. Nein, ich passe besser drauf auf. Okay, dann passen wir halt einfach nur drauf auf. Und gehen nochmal zurück in die Stadtmitte. Vielleicht finden wir das Kürbisfeld mit den Igelbrüdern. Das würde mich auf jeden Fall jetzt auch wahnsinnig interessieren. Mann, Nometer, was es hier alles zu entdecken gibt. Echt schön. Ja, gut. So voll ist es jetzt aber hier auch nicht. Wir brauchen diesen Schlüssel. Und zwar so schnell wie fucking möglich. Okay, wir haben hier hinten eine Kaffeemaschine. Einmal heißer Kaffee. Hm, das klappt so nicht. Nee, ich glaube, Sprachbedienung ist hier noch nicht drin. Gut. Das heißt aber, theoretisch können wir Kaffee machen, wenn wir wahrscheinlich eine Tasse haben und ein bisschen Know-how und vielleicht noch das nötige Werkzeug dazu. Oder steht jemand hier hinten dran, bedient die Leute. Aber wir müssen es nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid. Aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler, dort wo du herkommst? Äh, nein. Das sind... Äh... Nicht so wichtig. Nicht so gut, wenn wir jetzt mit ihr darüber reden. Das ist Anja. Junge, Junge, Junge. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Äh... Ja. Das Geräusch eben. Das klang ja gefährlich. Aber ja. Gefährlich, lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird Pfannkuchentaste. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Tra... Ich weiß ja nicht, ob für einen kleinen Jungen explodierende Kekse so toll sind. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber was mich auf jeden Fall mal fragt, oder was mich auf jeden Fall mal so ein bisschen packt, ist... Wieso... Genau. Geht dieser junge Herr oder diese junge Dame immer hierhin, 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 hierhin... Immer so im Dreieck. Das nervt irgendwann voll. Was diesen... äh... unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh, ja. Es muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu. Frag. Hm. Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ. Ziemlich gut aussehend. Äh. Er trinkt hier normalerweise Kaffee um die Zeit, aber bisher ist er nicht gekommen. Und ich dachte, wir sprechen über mich? Ja, das dachte ich jetzt auch, aber wir haben einen gut aussehenden Frosch gesehen. Und zwar in der richtigen Welt im Wald. Da ist er uns erschienen. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wimpfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder so weit? Wie schön. Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Okay, das heißt Zwerge, Igel, Maus. Jeder arbeitet hier mit. Super. Bis später. Pass auf dich auf. So, jetzt fragen wir erstmal den Fritz hier. Hm, ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. So lange passe ich auf deinen Garten auf. Hm. Äh, okay. Wen haben wir denn da überhaupt? Jetzt brauchen wir schon 301 Laubtaler. Das ist aber sehr viel. Können wir jetzt den Schlüssel vielleicht schnell nehmen? Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Ja, okay. Hierzulande wird man bestimmt zu tausend Runden im Laufrad verurteilt. Aber der lustig. Unser Jerry ist aber wirklich mal wieder auf bestem Wege. Da steht Kaffee. Kostenlos. Aber bitte, bitte probieren Sie auch unsere Napfkuchen. Wenn man die Napfkuchen so derbe anpreisen muss, dann hat das auch einen Grund. Glaube ich jedenfalls. Na, das können wir doch bestimmt angucken. Nee, gut. Also hier ist nur eine Kräuterapotheke, ein paar Kräuterchens und ganz viele Baldrian. Das ist ja auch schön hier. Das Bild, das beruhigt auf jeden Fall extrem. Eine tolle Maus hätte es vielleicht besser getan. Ähm, Bild. Müll. Schade. Okay, vielleicht müssen wir doch noch irgendwas reinmachen. Oder irgendwas reinfallen lassen. Mal weiß, wer weiß, wer weiß. Uh. Hier ist noch eine Glocke. Ich hoffe, die Maus kommt jetzt nicht nach vorne. Wir sprechen aber mal mit dem alten Maulwurf, der alte Taube. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment. Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Maulwurf. Ich bin doch schon da. Fälle so hoch. Oh, nicht viel Löffelchen. 103.5, äh, 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich hab sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Okay, der hört sich doch extrem nach dem Sprecher aus dem Radio an. Vielleicht war das die ganze Zeit ein Maulwurf, der da mit uns gesprochen hat. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf. So, Wellesumpf 103.5, äh, 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf um... Okay, das hatten wir schon. Das ist bei dem Radiomoderator. Das scheint extrem interessant zu sein. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans. Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Mann, das sind echt Witze, die könnten von mir sein. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein. Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Äh, den Bauchnabel? Er kann durch den Bauchnabel reden. Naja, ist egal. Das fragen wir gar nicht mal nach und fragen ihn einfach mehr Sachen. Naja, ja. Okay, jetzt kommen wir jetzt die schlechten Witze mit der doofen Aussprache und Feucht und so. Oh, nein. Okay. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt pottern kann. Ähm. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Ich glaube nicht, dass unser Jerry so schlagkräftig und wortgewandt ist, dass er jetzt locker mal gegen den Radiomoderator antreten kann. Aber wir versuchen es. Äh. Ja? Ich. Äh. Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also. Warum überquert das Hund die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh. Okay. Versuch mal was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Okay, das muss ich also auch im Hintergrund behalten. Sobald wir einen guten Witz haben, geht's wieder zu dem alten Radiomoderator. Wir müssen jetzt aber leider weiter. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf. 103.5. Äh. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf. Ja. Okay. Gut. Wir versuchen mal durch die Tür durchzukommen. Zu. Die Maus mit dem Rucksack hat sie gerade mit dem Schlüssel daneben der Tür abgeschlossen. Ja. Und deswegen. Vielleicht kann ich die Maus irgendwie dazu bringen, die Tür offen zu lassen, wenn sie aus dem Garten kommt. Dann könnte ich da in Ruhe rein und raus laufen. Wir verprügeln sie mit dem Stock. Wie wär's denn damit? Hier. Ein Stock bringt hier nix. Oh. Soll sich nicht so dran stellen. Gut. Dann warten wir halt einfach mal nochmal. Die Maus mit dem Rucksack geht ja sicherlich gleich nochmal zum Schlüssel. Sperrt die Tür auf und geht dann raus. Und dann gehen wir einfach schnell hinterher. Würde ich sagen. Vielleicht reicht das aber auch. Ein Stock bringt hier nix. Ein Stock bringt. Okay. Der Stock bringt hier scheinbar nirgendwo was. Vielleicht. Da ist ein Poster. Hake Butten. Ich will keine Plakate. Ich weiß halt auch nicht, wo die Maus da hinguckt. Ne. Irgendwas guckt die Maus hier an. Wahrscheinlich hier. Nach ihrem Freund oder sowas. Jetzt geht sie aber natürlich auch nicht mehr raus. Wie das aussieht. Okay. Den Schlüssel lassen wir lieber hängen. Maus. Geh jetzt sofort raus. Ja, danke. Das wollte ich bewirken. Und aufsperren. Und zurückhängen. Und rausgehen. So. Jetzt gehen wir einfach her. Die Tür ist jetzt offen. Jawohl. Hey. Hey du. Das ist Privatbesitz. Raus aus dem Garten. Oh oh. Die Tür ist jetzt offen. Ja. Passiert jetzt nochmal das gleiche? Hey. Das. Ja gut. Alles klar. Ach shit. Oh. Jetzt müssen wir auf irgendeinem anderen Weg da raus. Das gibt's ja jetzt nicht. Vielleicht müssen wir dem später auch noch einen guten Witz erzählen. Das wäre ja interessant. Naja. Gucken wir einfach mal weiter. Hier hoch geht's. Weg über Baumwurzel. Hier geht's zum Rathaus rein. Hier waren wir ja schon. Dann gehen wir mal den Weg über die Baumwurzel. Vielleicht finden wir da ja noch Interessantes. Ach. Ach was. Ach schau an. Rechts liegen die Gärten. Klar. Über die Baumwurzel geht es zum Stadtplatz. Und wenn ich dem Pfad in die andere Richtung folge, komme ich zum Stadtrand. Okay. Das heißt wahrscheinlich hier lang. Oder ähm. Ja. Sollte eigentlich nur da lang gehen. Jetzt reden wir aber erstmal mit dem mürrischen Gartenbesitzer. Schöner Garten. Nur gucken. Nichts anfassen. Ach und von hier aus dürfen wir scheinbar dann hier rein. Alles klar. Hm. Steinplatte mit Kleeblatt. Macht er nur. Hm. Okay. Halbe Statue. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Und keine Stirn. Was auch sehr wichtig ist für eine Statue. Memo. Wir brauchen neuen Blausaft. Tja. Das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Den nehme ich mit. Jawohl. Den nehme ich. Alles klar. Gut. Hätten wir das auch schon mal eingesteckt. Hier haben wir eine Pforte. Hm. Hey. Hey du. Das ist die Baus. Da kommen wir wieder in den Privatbesitz. Aber hier hinten ist doch die Maus mit Rucksack. Warum darf die da rein? Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Okay. Das ist ja... Also wenn das der Besitzer des Cafés ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist ja total unsympathisch. Das ist aber eine harte Hake. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Okay. Hey du. Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh. Äh. Ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen gewählt. Aha. Also gut. Na dann mal los. Das Laub hakt dich nicht von alleine. Okay. Also der mürrische Gartenbesitzer ist logischerweise, beziehungsweise was mir jetzt auffällt, dann auch ein Hase. Was die ganze Angelegenheit für mich wahnsinnig, wahnsinnig viel unangenehmer macht. Aber ich bin mal gespannt. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Weizwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Und ihr seid zu zwölft. Könnte ich mir sehr gut vorstellen jedenfalls. Hm. Vielleicht Party-Gast. Der Party-Gast mit dem Hut, ey. Guckt euch das an. Da liegt er komplett fertig mit seinem Leben, neben seinen wunderschönen Herztäßchen. Naja, wir sprechen ihn einfach mal an. Vielleicht wird's ja was. Hey, sie. Alles in Ordnung? Oh. 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 Das hört sich sehr danach an, als würde der Party-Gast gerne Kaffee haben. Gut, dass wir hier eine Tasse haben, die er uns nicht gibt. Ach, shit. Na gut, das heißt, wir brauchen eine andere Tasse. Vielleicht kriegen wir hier eine. Oder wir könnten in der Schüssel mit dem Abwasch ein bisschen rumwühlen und finden dort eine. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich, äh, ich meditiere. Aha. Er meditiert. Alles klar. Gib mir sofort die Tasse. Will er nicht. Haus der Hasenfamilie. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Können wir da vielleicht auch reingehen? Nein. Schade. Können wir da vielleicht Müll durch das Löchlein reinwerfen? Sowas wie ein Zapfhahn. Da muss man nichts abzapfen. Ah. Ich dachte auch schon. Vielleicht hätten wir ja einmal in unserem Leben ein bisschen Glück. Aber nein. Okay. Ich drücke mal auf die Leertaste. Ähm. Schöner Garten. Den schönen Garten können wir nochmal untersuchen. Hier ist der Garten der Hasenfamilie. Maus mit Rucksack. Okay. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Dieser Typ ist so unglaublich knickerig, ne? Es ist unglaublich. So, was hatten wir jetzt hier noch nicht? Nochmal so, äh. Noch schöner Garten. Der Garten mit der großen Blume scheint der Maus mit dem Rucksack zu gehören. Ne, der gehört dem alten Ulli. Wer ist der alte Ulli? Der alte Ulli, der alte Ulli. Dem gehörte doch die Apotheke drüben im Baumstumpf. Und, wie ist er verschwunden? Na, bei einem der allerersten Krähenangriffe. Zack, weg war er. Einige sagen, er hatte etwas herausgefunden. Herausgefunden? Was denn? Na, darüber, woher die Krähen kommen. Und warum sie immer aus Nordwesten kommen. Über den Fluss hat er möglicherweise auch etwas gewusst. Nicht umsonst hat er ständig dort oben Nachforschungen angestellt. Und das wurde ihm dann schließlich zum Verhängnis. Was ist mit dem Fluss? Na, der Tritt über die Ufa. Meine Güte, Kleiner. Bei dir muss man ja wirklich ganz von vorne anfangen. Ja, wir sind jetzt vielleicht gerade mal 20 Minuten hier. Du, Hase, du. Naja, du Lump, du Schuft. So. Der alte Uli also. Naja. Wir gucken mal weiter. Vielleicht finden wir jetzt zum Kürbisfeld und der Maulwurf-Familie. Das sieht doch schon mal... Ach, Maulwurf-Igel-Familie. Das sieht doch schon mal sehr nach den Igeln aus. Gucken wir uns erstmal um. Da ist nicht eine Biene drin. Hm. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Na, dann würde ich sehr gut aufpassen. Denn wenn die wieder zurückkommen, möchten die sicherlich niemanden sehen, der in ihrem Bienenstock rumfuchtelt. Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Dachte ich auch. Vielleicht ist hier eine Verschwörung am Gange. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Ja, ich wollte gerade schon sagen. Dagegen ist hier ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Aber trotzdem extrem viel zu sehen hier. Schreinerei der Igel, Brüder. Hier sind sie immer holzlich willkommen. Das ist ja ein Witz. Holy Crap. Okay, hier haben wir das Blattboot für den alten Herren da unten. Eventuell können wir das ja da reinschieben. Wow, was für ein großes Blatt. Das ist ein Blattboot für Herrn Spitzweg. Leider sind wir noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Hm, na, da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nachhelfen können. Denn der Herr möchte ja schließlich seinen Weg antreten, ne? Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Ich glaube, ja, ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Hätte mich auch gewundert, wenn es das nicht wäre. Naja, seltsame Tür. Hm. Hm, seltsam. Unverschlossen. Wirkt irgendwie halb durchsichtig. Da steht A.Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Eine Sauerei ist das. Eine Sauerei. Keine Werbung einwerfen. Einfach so. Das gibt's nicht. Nicht hier. Mein Kopf klingt fast genauso. Ziemlich hohl, du. Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Das ist ein sogenannter Rundkürbis. Der wächst halt extrem rund. Ach, was weiß ich. Was ich hier schon wieder labere, ey. Irgendwas an diesem Kürbis ist anders. Er ist rund und groß und orange. Und aus ihm kommt ein Schornstein raus. Vielleicht der Schornstein hier oben. Man weiß es nicht. Oder vielleicht das Posthorn, welches da ranklebt. Soll man damit jemanden rufen? Soll man damit... Okay, nehmen können wir es auf jeden Fall nicht. Und da hinten geht es noch ein Stückchen weiter. Wir gucken mal schnell nochmal mit der Leertaste, ob wir jetzt noch was Wichtiges übersehen haben. Hier hinten ist noch ein Kürbis. Runder Kürbis. Weg in den Garten. Orangener Kürbis. Das heißt, größtenteils hier tatsächlich nur noch Kürbisse. Enger, kleiner Tunnel. Den können wir noch untersuchen. Und hier oben den Baum. Der Baum ist wie ein zweiter Himmel über Mauswald. Nur grüner und baumiger. Und grüner und baumiger. Nicht vergessen. Um hier durchzupassen, müsste man ungefähr halb so groß sein wie ich. Die kleine Maus mit dem Rucksack auf dem Rücken schafft das mit Sicherheit. Aber erst in der nächsten Folge. Und zwar frühestens in der nächsten Folge von The Night of the Rabbit. Denn wir sind schon wieder durch, Leute. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde gespielt. Wir haben Mauswald ein ganzes Stück weiter erforscht. Wir haben ein paar Sachen mitgehen lassen. Und ich denke mal, wir machen in der nächsten Folge genauso weiter, wie wir hier angefangen haben. Mit ganz viel Spaß, Erkundung und natürlich ganz viel Magie. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann. Wir haben Mauswald wieder ein ganzes Stückchen erkundet. Und jetzt geht es direkt weiter bei der Igel-Familie. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ich bin auf jeden Fall. Tschüss. gör'n. However, guten Tag. ślschäge. Spannung. Lassons zuérEND. Lassons zu darrot.